Schöne die Dampflug. Da, da ist er. Hör euch an. Könnt ihr mir vielleicht irgendwie. Also guckt es euch an. Aber wo kommt die her? Wo sind wir hier? Ich bin hier rein. Wir müssen immer weiter rein. Schaut euch, es kommt hier Sequenz, aber nee. Das schöne Handschuhe. Mach ich mal Licht aus. Wir haben keine Lampe und nicht. Okay, jetzt können wir buxen. Die verdammten Telepaten sind durchgebrochen. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Okay. Durch die Tür wäre nicht so empfehlenswert, denke ich. Gehen wir mal hier auf den kleinen Lader hoch. Wir sollten eine Gruppe dorthin schicken, um den Ausgang dicht zu... Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Alter, das ist sie. Alter, das ist sie. Das ist ja ein Biest. Gibt es dafür so einen Begriff? Es gibt doch so was wie Steampunk. Was gibt es denn jetzt noch? Es gibt noch das neue, das Cyberpunk. Gibt es davon was? Ist es Steampunk? Nee. Geht mal hier weiter durch. Wir haben genug von deinem Gejammer, du alter Stinkstiefel. Du wolltest direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal deuten. Okay? Das wird uns gleich stehen. Aber wie kann sie nur... Was kann ich nur tun? Ein Mutant? Ein Telefon? Hurra! Ein Mensch? Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig. Du bist wegen ihr gekommen. Also gut. Okay. Ich werde dir helfen. Ich denke da, meint alle. Will ich mal nützlich. Okay. Sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Okay. Auf geht's. Aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Okay. Schalte das Licht aus. Ach, Schermack. Ist dein Anfall jetzt vorbei? Hey! Was zum Teufel ist hier los? Das ist wieder die verdammte Sicherung. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Gibt es hier irgendwas? Bist du wieder vernünftig geworden? Ja, Mann. Also kannst du deinen Kopf doch noch benutzen. Was haben wir? Was ist vor der Fall? Ich habe die Melodie. Nicht so schnell. Geh nur geduckt und sei leise. Siehst du die Leiter? Ja. Versuch dich dorthin zu schleichen. Aber meide bitte das Licht. Bleib nah an der Wand. Giermack bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl. Komme schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspieg für dich sein. Gehst du weiter? Ja. 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 Du kannst mir nicht folgen. Nimm stattdessen die Leiter. Okay. Giermack, was dauert da so lange? Ah, ein Schnürseikel ist aufgegangen. Ich komme sofort. Simon, Michael. Bitte geh nach Hören, stimmt etwas nicht. Das solltest du dir ansehen. Ja, als ob du mir sagen würdest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leitung hier. Na los, Bewegung, du alter Sack. Warte. Du musst den ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Was murmelst du darum? Ach, ich führe nur selbst zu sprechen. Mein Gedächtnis ist so weit, verstehst du? Ah, ja, Mack. Wird Zeit für die Kiste, hä? Ja, ja. da irgendwas liegen? ne hoch, oder? klasse, und jetzt werfen ich hoffe die Geräusche lenken ihn ab gut gemacht auf geht's komm schnell machst du grad auf geh durch, na los ich glaube da ist dreckende Luftfilter der Jamark das geht wahrscheinlich auch durch oh, wir können jetzt die Türe eintreten wir können sie hier ane umbringen wer zum Teil ist abgefangen ach das 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 Vielen Dank.